Der Halo-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, das uns beim Daten ganz schön in die Irre führen kann. Aber was genau steckt hinter dem Halo-Effekt? Halo bedeutet auf Deutsch Heiligenschein. Beim Halo-Effekt überstrahlen positive Eigenschaften wie beispielsweise das Aussehen, die negativen, eher weniger sympathischen Eigenschaften. Ein attraktiver Mensch wird also besser bewertet und man bemerkt die negativen Eigenschaften nicht sofort. Auch das Gegenteil kann passieren. Man beurteilt jemanden wegen Herkunft oder Job schlechter. Wie entkommt man dem Halo-Effekt? Nimm dir einen ruhigen Moment für dich und überlege, wie sich die Person verhalten hat. Achte auf das Gesagte, wichtige Facts und lies gegebenenfalls noch einmal euren Chatverlauf. Im Zweifel spreche mit FreundInnen darüber und frage sie, was deren Meinung dazu ist. Sie stehen deinem Date neutraler gegenüber und können die Situation somit eventuell besser einschätzen.